herzlich willkommen zu einem neuen webinar der firma evolution international mein name ist christine baumann ich bin heilpraktikerin mit einer praxis in mittenwald direkt an der grenze zwischen bayern und tirol und beschäftige mich in meiner praxis mit den themen frauengesundheit magen darm gesundheit stoffwechsel und immunsystem heute im heutigen webinar darf ich ihnen was erzählen zum thema kinder wunschzeit und wie wir uns in dieser lebensphase oder in dieser zeit mit natürlichen mitteln ein klein wenig unterstützen können es ist so dass eigentlich die kinder wunschzeit mit zu den schönsten oder zu der schönsten zeit gehören sollte die ein paar verbindet es ist ja eine zeit in der man ein klares ja zueinander gefunden hat in der man festgestellt dass die beziehung stabil ist und dass man eben einen schritt weiter gehen möchte sozusagen und man sich mit dem leben selbst eigentlich beschäftigt und eine zeit die man eigentlich ganz herrlich genießen kann es ist heutzutage leider so dass aus dieser schönsten paarzeit nach einiger zeit sehr häufig ein großer stress fürs paar wird eine große herausforderung fürs paar wird und nicht selten auch beziehungskrisen daraus entstehen weil es heutzutage einfach immer häufiger ist dass es mit dem baby glück nicht gleich wie geplant klappt es gibt sehr unterschiedliche ursachen die daran schuld sind was ich hier jetzt nicht aufgeführt was ich aber ganz gerne an allererster stelle nennen möchte ist das thema ungeduld wir leben in einer zeit in der wir unser leben sehr stark planen in der wir bestimmte karriereziele abarbeiten und bestimmte soziale ziele erstmal versuchen anzustreben und erst dann machen wir uns über die familienplanung gedanken bis dahin wird meist bei den frauen hormonell verhütet und dann wird die pille abgesetzt oder was auch immer das hormonelle verhütungsmittel ist und es wird erwartet dass dann innerhalb von zwei monaten sich eine schwangerschaft einstellt und da muss man einfach ehrlicherweise sagen so funktioniert das leben manchmal eben leider nicht das leben ist das was passiert was während wir damit beschäftigt sind pläne zu machen und gerade wenn man so ganz genau weiß jetzt muss es passieren dann ist viel zu viel druck drauf und dann klappt es ganz oft eben nicht so schnell ich finde ganz wichtig den spruch von barth maris das ist ein anthroposophischer gynäkologe der gesagt hat oder geschrieben hat kinder werden nicht gemacht sondern in liebe empfangen und letztlich muss man einfach immer sagen es ist das größte wunder überhaupt dass das mit dem mit der fortpflanzung so reibungslos klappt wie es klappt weil wir sind ja nicht umsonst auf einem planeten mit völliger überbevölkerung aber wenn man sich überlegt dass so etwas komplexes wie der menschliche körper in knapp 70 tagen in etwa zusammen gebastelt wird und dann muss er nur noch reifen und wachsen bis er dann nach insgesamt neun monaten auf die welt kommen darf dann muss man einfach immer wieder ganz demütig das haupt senken und sagen das ist ein großes großes wunder ein großes geschenk des universums und da muss man manchmal einfach ein bisschen geduldig sein und dem plan des universums auch vertrauen wann jetzt vielleicht weil das universum manchmal einfach weiß besser weiß als wir wann jetzt der richtige zeitpunkt dafür ist und bei allem was wir sonst tun können finde ich es ganz wichtig einfach ganz bewusst die kinderseele einzuladen und für sich selber auch den raum zu schaffen den platz zu schaffen dass da auch wirklich ein warmes nest sichtbar wird in dem sich so eine kinderseele inkarnieren möchte die idee ich arbeite bis zum umfallen und die schwangerschaft wird mich dann da rausholen aus meinem stress job das klappt in den aller aller wenigsten fällen das möchte ich einfach mal ganz kurz vorneweg stellen weil ich finde dass die mentale einstellung dazu zu dem thema eine ganz 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 große rolle spielt ich möchte auch noch zwei worte sagen zum thema kinderwunschkliniken die schießen ja auch ein bisschen wie pilze aus dem boden und es wird sehr sehr gerne vermittelt dass sie in so eine kinderwunschklinik gehen und das dann ist das wie bei aldi wo sie an der kasse bezahlen und dann gehen sie mit ihrem päckchen baby päckchen sozusagen zur tür wieder hinaus ich kann ihnen aus der erfahrung in meiner praxis sagen so ganz einfach klappt es nicht und wenn man sich die statistiken anschaut dann stellt man fest dass tatsächlich auch die erfolgsquote gar nicht so wahnsinnig viel höher ist als wenn man es auf natürlichem wege versucht wenn paare auf natürlichem wege versuchen schwanger zu werden indem sie einfach ungeschützten verkehr miteinander haben und sonst gar nichts weiter dazu tun dann werden zwischen 20 und 30 prozent der paare schwanger wenn paare in die kinderwunschklinik gehen dann sind es zwischen 30 und 40 prozent die schwanger werden ich würde ganz frech behaupten wenn die paare die ohne kinderwunschklinik und einfach nur mit gemeinsamkeit versuchen schwanger zu werden vielleicht noch ein bisschen was täten für ihren mikronährstoffhaushalt und für die entspannung und was man an sonstigen dingen was wir heute hören werden an natürlichen unterstützungsmethoden versuchen kann dann wäre die quote mindestens genauso gut auf der natürlichen seite bei wesentlich weniger nebenwirkung spektrum und wesentlich weniger risiko was man auch dazu sagen muss ist dass wenn man jetzt eben diese kinderwunschklinik statistiken sich anschaut 30 prozent paare die da raus gehen und schwanger sind sind noch nicht 30 prozent die wirklich ein kind bekommen weil natürlich die abortrate bei diesen künstlich erzeugten schwangerschaften auch nicht unterschätzt werden darf sie hören wahrscheinlich schon raus dass ich nicht so ein großer fan bin dieses wegs natürlich muss jeder mensch selber wissen welchen weg er geht ich versuche nur einfach immer so ein bisschen dazu zu sensibilisieren dass eben die erfolgsquote nicht so hoch ist wie man meint und dass man mit natürlichen mitteln sehr sehr viel erreichen kann auch ohne diesen weg zu gehen und ich möchte auch dafür sensibilisieren dass das in den allermeisten fällen auch fürs paar nicht ganz ohne nebenwirkungen ist also ich sage bewusst fürs paar weil es ein stress für beide ist diese diese repromedizin der größte stress liegt in dem fall tatsächlich auf der frau weil die sehr stark mit hormonen präparaten oftmals vollgestopft wird auch eigentlich immer nach einem schema f es gibt da wenig individuelle anpassungsmöglichkeiten oder es gibt natürlich ein paar anpassungsmöglichkeiten aber letzten endes ist das schema das abläuft immer das schema f des allen paaren gleichermaßen übergestülpt wird und ich habe nicht wenige frauen bei mir in der praxis die aus der repromedizin rauskommen ohne dass sie kinder gekriegt haben und aber so fertig sind dass sie sagen jetzt habe ich genug ich will es gar nicht mehr versuchen ich möchte nur einfach wieder gesund werden weil ich mich nicht mehr fit fühle also das darf man wirklich nicht unterschätzen das ist ein riesen stress und es ist eben hormonell auch nicht ganz einfach insbesondere für die frau das problem mit diesem schema f ist eben auch dass es eben so wahnsinnig viele faktoren gibt die die fruchtbarkeit beeinflussen können und das muss man der repromedizin zugute halten was ganz wunderbar ist im rahmen der repromedizin ist die diagnostik und da kann ich also gar nicht davon abraten sondern einfach mal durchchecken zu lassen woran kann es denn liegen bei beiden übrigens das macht total sinn weil man dann auch mit den natürlichen mitteln ganz anders weiß wo man ansetzen kann natürlich ist ein grund ein hindernis das thema hormonelle dysbalancen übrigens bei beiden geschlechtern ich habe tatsächlich muss ich zugeben vermehrt die frauen in der praxis die männer die kommen dann mit wenn sie mit geschleift werden aber so richtig freiwillig kommen die nicht in den allermeisten fällen sind die frauen die bei mir sitzen deswegen ist bei mir auch der fokus ein bisschen auf die frauen themen man muss aber ganz klar sagen es ist 50 50 also männer sind genauso mit beteiligt beim kinderkriegen wie es die frauen auch sind und genauso ist tatsächlich auch die der anteil dessen was sie beitragen können erfahrungsgemäß sind es eben auch mehr weibliche zuhörer deswegen fokussiere ich mich ein bisschen da drauf und wir nehmen die männer nachher natürlich mit ins boot aber das machen wir kurz und knackig weil ich davon ausgehe dass sie liebe frauen diejenigen sind die dann die essenz nach hause tragen müssen uns dem mann sozusagen berichten also hormonelle dysbalancen können es bei beiden sein das können völlig unterschiedliche dinge sind sein wir gucken uns den weiblichen zyklus gleich genauer an dann wird ein bisschen klarer was mit diesen hormonellen störungen gemeint sein kann die schilddrüse ist ein ganz ganz wichtiger faktor ganz oft ist es so dass frauen einfach eine unter entdeckte oder eine nicht entdeckte schilddrüsen unterfunktion beispielsweise haben oder eben auch im referenzbereich der arzt sagt die schilddrüse ist völlig in ordnung weil sich die werte noch im referenzbereich finden wenn man aber genauer drauf schaut dann sind die werte zwar im referenzbereich aber nicht im optimalbereich und man tut sich sehr viel leichter mit dem schwanger werden wenn die schilddrüse im optimalbereich ist in den in der literatur wird geschrieben da wird immer nur der blick auf den tsh wert gerichtet weil das halt so ein bisschen ein marker ist und der sollte beim kinderwunsch bei der frau zwischen 0,8 und 1,2 liegen das ist nur ein wert von vielen und es gibt vieles was man an der schilddrüse angucken kann deswegen sensibilisiere ich da immer ein aufgucken gehen zu jemandem der sich auch mit dem thema kinderwunsch auskennen wenn sie die schilddrüse angucken lassen und es ist auch hier so dass auch bei den männern oftmals schilddrüsenstörungen auftreten die dann sich auch auswirken auf libido und spermiogramm und wir sind alle keine kaffeemaschinen das heißt wenn ich solche werte nenne wie jetzt beispielsweise der tsh sollte dort und dort liegen dann muss ich auch dazu sagen ich habe auch schon patientinnen in der praxis gehabt die mit einem tsh wert von vier schwanger geworden sind ja das heißt nicht dass das immer die lösung ist oder dass das immer das problem ist und das heißt auch nicht dass wenn sie jetzt ihren schilddrüsenwert nicht geregelt bekommen dass sie dann nicht schwanger werden ja das ist einfach ein multifaktorielles geschehen wie man in der medizin so schön sagt das heißt es sind viele faktoren die da zusammenkommen und die schilddrüse kann einer davon sein deswegen versucht man da unter umständen anzusetzen es kann organische ursachen geben da kann man einfach mal drauf gucken es macht sowieso sinn einfach zum gynäkologen zu gehen um einfach mal zu untersuchen ist denn organisch organisch alles in ordnung wenn es regelmäßig zysten gibt zum beispiel kann es sein dass die eisprünge nicht ganz optimal ablaufen dann wäre das schon mal ein hinweis wo man ansetzen kann es kann manchmal sein dass es myome gibt die ungünstig sitzen und damit eine schwangerschaft oder eine effektive empfängnis erschweren es kann so ein sogenanntes pco syndrom geben also ein polyzystisches ovarial syndrom wo also die eierstöcke mehrere zysten bilden und dann eben keine eisprünge mehr stattfinden das hat dann meist zur folge dass es verlängerte zyklen gibt das hat auch zur folge dass die frauen so ein bisschen vermännlichen und vermehrt bartwuchs haben oder vermehrt auch haarausfall haben das ist also ein ding wo man mal hinschauen kann solche dinge sollte man einfach vorab abklären damit man nicht völlig verzweifelt am ende des tages und wenn man aber eine diagnose gehabt hätte hätte man vielleicht gleich gewusst wo man ansetzen kann auch beim pco gibt es wege wie man mit naturheilkundlichen mitteln ansetzen kann das ist natürlich dann ein bisschen komplexer das heißt da würde ich dazu raten eine naturheilkundlich orientierte praxis aufzusuchen die sich mit dem thema ein bisschen auskennt die wege der schulmedizin sind hier relativ wie soll ich sagen relativ schmal die geben die pille damit die eierstöcke ruhig gestellt sind und nur regelmäßiger zyklus stattfindet und schlagen dann vor dass man die pille kurzfristig absetzt um dann eine künstliche befruchtung zu machen und das ist ganz ehrlich gesagt finde ich ein ausgesprochen ohne eleganter weg damit umzugehen also da gibt es schon schönere möglichkeiten entzündungen können eine bremse sein sowohl bei der frau latente entzündungen vaginal entzündungen zum beispiel oder auch wenn das milieu vaginal nicht in ordnung ist kann die empfängnis erschweren kann einfach den spermien den weg erschweren wenn es unspezifische prostata entzündungen beim mann zum beispiel gibt die sind oftmals völlig unbemerkt kann das auch ein hemmschuh sein warum jetzt die schwimmerlein nicht so wunderbar schwimmen wie sie schwimmen sollten vernarbungen kann ein thema sein status noch endometriose operation zum beispiel oder wenn es vorher schon mal den kaiserschnitt gegeben hat kann es sein dass vernarbungen da eine bremse machen da kann man auch dran arbeiten kann diese vernarbungen unterspritzen oder wenn die eben innerlich sind weil operation kann man also auch mit bestimmten mitteln versuchen narbengewebe ganzheitlich zu erweichen ein ganz 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 großer faktor und tatsächlich bei den allermeisten der schlüsselfaktor oder bei vielen der schlüsselfaktor ist das thema stress und psyche wir müssen aus dem stress rauskommen weil das werden wir uns nachher genauer angucken unsere hormone einfach ineinander umgewandelt werden und die stress hormone sind diejenigen die der körper fürs überleben braucht weil stress bedeutet für unseren hormonstoffwechsel einfach immer noch wir müssen vor dem säbelzahntiger davonlaufen oder gegen ihn kämpfen und solange wir mit dem säbelzahntiger zu tun haben können wir uns einfach nicht mit nachwuchs beschäftigen deswegen ist einfach dieses thema stress ganz oft ein hinderungsgrund weil es einfach dann hormonell sozusagen eine bremse schauen wir uns noch genauer an toxische belastung kann ein thema sein deswegen ist das thema entgiftung ein ganz ganz wichtiger weg den man einschlagen kann wenn man sagt ich habe vor jetzt schwanger zu werden dann am besten einfach mal als paar für sechs bis acht wochen so eine richtig schöne detox kur gerne natürlich auch länger und ausführlicher das schadet nicht das ist gut fürs spermiogramm das ist auch gut für die fruchtbarkeit der frau jeder mikronährstoffmangel kann ein hinderungsgrund sein bei unerfüllten kinderwunsch weil der körper muss ja einen zweiten organismus mit versorgen und wenn es für den ersten oder für den hauptorganismus der mama schon nicht ausreicht dann wird der körper natürlich bremsen und sagen nee da schaffe ich es nicht noch einen zweiten mit zu versorgen das heißt ein mikronährstoffmangel kann immer ein hintergrund hinderungsgrund sein und wenn wir einfach schaffen alle mikronährstoffe zuzuführen und uns wirklich auch schon vor der schwangerschaft bewusst und gesund zu ernähren und vielleicht das ein oder andere zu ergänzen dann sind die chancen deutlich besser auch für die spermatogenese brauchen wir viele viele mikronährstoffe deswegen ist es auch beim mann natürlich so dass mikronährstoffe vitalstoffe ganz ganz wichtig sind als unterstützung für das thema fruchtbarkeit und ich habe schon mit einfließen lassen natürlich sind alles themen die nicht nur die frau betreffen sondern sie betreffen auch das spermiogramm des partners und es lohnt sich doch da mal drauf zu gucken ich sage es immer wieder vorneweg bevor sie geld ausgeben für irgendetwas für die fruchtbarkeit ist die erste frage wie viel rauchen sie wie ernähren sie sich und wie viel trinken sie und an diesen punkten kann man ansetzen ja also das rauchen ist einfach was was tatsächlich schwangerschaften verhindert ich weiß dass auch raucher schwanger werden aber es ist einfach eine frage der statistik und da ist es tatsächlich ganz egal ob frau oder man raucht bei beiden ist es so dass einfach das fehlgeburtsrisiko erhöht das sowohl wenn die frau raucht und schwanger wird dass es ihr eigenes fehlgeburtsrisiko ist als auch wenn das spermium von dem raucher kommt bei einem schweren raucher das heißt bei zwei schachtel zigaretten oder ich weiß gar nicht ob man der schwere raucher anfängt aber ich würde alles was über einer schachtel ist auf jeden fall als schweren raucher bezeichnen bei einem schweren raucher ist es so dass 50 prozent der von ihm gezeugten schwangerschaften in einem abort enden das heißt wenn ein bisschen weniger raucht ist das risiko kleiner aber es ist immer noch vorhanden rauchen ist also was was man einstellen sollte wenn man plant kinder zu bekommen alkohol ist ein großer mikronährstoff räuber das heißt je weniger alkohol sie trinken in der fruchtbaren phase oder in der baby glück phase desto besser ist es und das gilt auch wieder für beide geschlechter und natürlich eben brauchen wir mikronährstoffe die basis von allem was wir tun ist eine gesunde ernährung mit fünf bis neun portionen gemüse und obst am tag damit wir versorgt sind mit allen vitalstoffen wenn wir das nicht auf die kette kriegen dann müssen wir einfach gucken dass wir mikronährstoffe sozusagen als komplett paket ergänzen wie jetzt beispielsweise mit dem vitae 120 oder so aber ideal ist es eigentlich wenn wir über die ernährung das meiste kriegen und dann wirklich gezielt ganz bestimmte mikronährstoffe auffüllen sprechen aber auch gleich darüber schauen wir uns die hormone im weiblichen zyklus an die sozusagen verantwortlich sind für das was bei der frause passiert der mann hat den ganz ganz großen vorteil dass er mit seinem spermiogramm sozusagen immer wieder tagesaktuell ist das heißt die spermien werden laufend neu gebildet und nach jeder ejakulation beginnt sozusagen der zyklus von neuem das heißt wenn die spermien nicht völlig überaltet sind weil über wochen und monate kein verkehr stattgefunden hat dann werden die eigentlich sowieso immer neu gebildet und wir haben sozusagen nach jedem samenerguss die chance noch mal mit vitalstoffen aufzufüllen noch mal sozusagen gesündere spermien zu füttern das heißt auch wenn sie ein spermiogramm machen lassen sie sich nicht entmutigen wenn es nicht ganz optimal ausgefallen ist das kann beim nächsten mal schon deutlich besser aussehen abhängig davon ob sie ihre mikronährstoffe und vitalstoffe aufgefüllt haben oder nicht und auch mit einigen pflänzlein können wir da dopen da sprechen wir nachher noch drüber bei der frau ist es ein bisschen anders da ist im prinzip sind die eizellen schon mit der geburt angelegt oder die menge der eizellen und sie reifen eigentlich nur noch aus in jedem zyklus damit das passieren kann muss der hormonhaushalt passen ich habe das hier mal versucht ein bisschen aufzuzeigen es ist sehr schematisch sie müssen sich das auch nicht merken aber einfach dass man mal kurz verstanden hat was denn passiert wir haben in der ersten zyklus hälfte besonders dominant das östrogen unser weibliches haupthormon könnte man so sagen das zunächst mal langsam ansteigt und dann steigt es ein bisschen stärker an und wenn es einen gewissen moment überschritten hat dieses das östrogen baut also sozusagen unser nest auf unsere gebärmutterschleimhaut auf und beginnt schon mal auch die follikel zu aktivieren damit sich da ein dominantes follikel herausbildet also eine dominante eizelle sozusagen oder follikel ist nochmal sozusagen eine hülle außenrum wenn dann der östrogen spiegel einen bestimmten moment erreicht hat dann kommen die zwei eisprungshormone zum tragen nämlich fsh und lh follikel stimulierendes hormon und luteinisierendes hormon diese beiden spielen zusammen in der zyklus mitte damit eben kurzfristig hier was passiert hormonell damit eben das follikel das sich als dominantes follikel herausgestellt hat dann sich auch bereit macht für den eisprung wenn wir eben von dem 28 tage zyklus ausgehen bei der frau dann ist dieser anstieg ungefähr am 13 zyklus tag und am 14 findet der eisprung dann tatsächlich statt die fruchtbarste phase sind die fünf tage vier fünf tage vor dem eisprung ja also wenn wir von dem 28 tage zyklus ausgehen dann tag 13 12 11 und 10 wären die tage in denen hier es besonders interessant wäre am eisprungstag kann man auch noch glück haben wenn man schnelle spermien hat wenn die spermien vielleicht schon so ein bisschen träge sind weil es eben doch nicht so eine ganz optimale versorgung mit mikronährstoffen gibt oder weiß vielleicht toxische belastungen gibt dann holen die manchmal die eizelle eben in der geschwindigkeit auch nicht mehr ein und dann ist man am eisprungstag also am 14 zyklus tag schon zu spät dran wenn das ei dann gesprungen ist dann bleibt ein rest sozusagen übrig von dem follikel der bildet den sogenannten gelbkörper und in diesem gelbkörper wird dann gelbkörperhormon gebildet das ist das was ich hier in blau sehen was in der zweiten zyklus hälfte dann eben dominant ist das progesteron das gelbkörperhormon was dann eben die das nest die schleimhaut so umbaut dass die eizelle sich einnisten kann und was dann eben auch die einnistung dieser eizelle der befruchteten eizelle begünstigt hat keine einnistung stattgefunden hat keine befruchtete eizelle den weg in die schleimhaut gefunden dann sinkt zum ende des zyklus der progesteronwert ganz schnell ab wir haben noch mal einen kurzen östrogen überschuss sozusagen für ein oder zwei tage und es beginnt die mensch wir sind keine kaffeemaschinen das heißt es funktioniert auch wenn der zyklus 32 tage ist es ist auch in ordnung wenn der zyklus 27 tage ist man nimmt einfach den 28 tage zyklus um ein schema zu haben das man anlegen kann aber wenn sie einen zyklus haben der den einen monat 27 tage hat und den anderen monat 30 tage hat ist das noch kein unregelmäßiger zyklus zyklus das ist ganz normal wenn sie einen zyklus haben der einmal 23 tage hat und einmal 35 tage dann haben wir kleine unregelmäßigkeiten und dann sollte man mal gucken was ist denn da so los wir gucken uns das allererstes mal die erste zyklus hälfte an da geht es also jetzt darum dass man das nest aufbaut dass die gebärmutter schleimhaut sich aufbaut dass sich ein dominantes folikel herausbildet dass auch diese verknüpfung im gehirn mit dem lh und fsh stattfindet das habe ich noch gar nicht gesagt östrogen und progesteron werden eben im eierstock gebildet im unterleib sozusagen gebildet und lh und fsh werden vor allen dingen in der hypophysik gebildet also im im kopf sozusagen gebildet in den übergeordneten steuerungszentralen woran merken wir dass die erste zyklus hälfte unterstützung braucht nah im prinzip ist es so dass sie ja gerade schon gehört haben dass dieses gelbkörper dieser gelbkörper davon abhängig ist dass ein guter eisprung stattgefunden hat davon abhängig ist dass ein folikel gereift ist das heißt alle gelbkörper probleme können theoretisch auch unterstützt werden wenn wir über die erste zyklus hälfte arbeiten ja das heißt eigentlich ist der ansatz gedanklich immer hier wir haben strategien die zweite zyklus hälfte auch noch mal extra zu unterstützen die gucken wir uns auch alle an wenn wir sagen wir machen sowieso was rhythmisches und in der ersten zyklus hälfte gibt es das eine der anderen das andere dann würde man die erste zyklus hälfte besonders dann unterstützenswert finden wenn die wenn die blutung recht schwach ist wenn also gar keine vernünftige mens stattfindet wenn es lip einlage ausreicht um das was da an schmierblutung kommt abzufangen dann ist die blutung eigentlich ein bisschen zu schwach das heißt es ist einfach zu wenig nest aufgebaut und dann würde ich natürlich versuchen hier in der ersten zyklus hälfte anzusetzen aber wie gesagt eben nicht nur dann sondern eigentlich bei allen zyklus problemen versuche ich in der ersten zyklus hälfte auch zu unterstützen weil die erste zyklus hälfte die zweite zyklus hälfte automatisch mit unterstützt wenn sie sehr lange zyklen haben wenn frauen sehr lange zyklen haben und wir sozusagen den zyklus unterstützen wollen auch dann versuchen wir in der ersten zyklus hälfte schon anzusetzen um eben den reife prozess sozusagen zu unterstützen und den einsprung ein bisschen früher zu gestalten lange zyklen können ein hinweis sein darauf dass die schilddrüse ein bisschen träge ist können ein hinweis darauf sein dass es pco zum beispiel gibt können auch ein hinweis darauf sein dass sie zu viel stress haben also das sind alles möglichkeiten die den zyklus mit beeinflussen was ich jetzt hier nicht noch mal explizit erklärt habe weil ich die das schema nicht in dem vortrag drin habe ich möchte es aber einfach noch mal kurz erwähnen bevor wir dann in die ins tun einsteigen sozusagen ist das thema mit den hormonen ich hatte gesagt ich erkläre das noch mal ich schalte noch mal hierhin zurück es ist so dass die der körper die hormone die steroid hormone zu denen progesteron und östrogen gehören also östradiole und progesteron laufend ineinander umwandeln kann zu den steroid hormonen gehört auch cortisol und dhia und das sind unsere beiden stresshormone wenn der körper das gefühl hat ich muss jetzt mehr cortisol bilden weil viel stress ist dann wird er alles was an ausgangssubstanz hat erstmal in diese richtung schieben und dann bleibt hierfür einfach am ende zu wenig übrig ja für diese östrogen progesteron geschichte das merken sie an zyklus unregelmäßigkeiten ausbleibenden eisprüngen beispielsweise dann ist jetzt hier nicht genügend östrogen übrig geblieben und sie merken es aber auch meistens sehr stark an der zweiten zyklusphase da sprechen wir nachher noch drüber wenn wir jetzt das nest eben aufbauen wollen wenn wir gerne dafür sorgen wollen dass die erste zyklus hälfte unterstützt das was übrigens auch bei kurzen eisprüngen durchaus sind bei kurzen zyklen durchaus sinnvoll sein kann wenn wir eine verkürzte erste zyklusphase haben dann springt das ei einfach vielleicht ein bisschen zu früh und ist unreif auch dann kann es sinnvoll sein mit regulierenden pflanzen hier in der ersten zyklus hälfte anzusetzen wir können also mit verschiedenen pflanzlichen möglichkeiten wir gucken uns gleich eine handvoll davon an ansetzen um den zyklus zu harmonisieren um den zyklus auszubalancieren um hier sozusagen einen ausgleich zu schaffen was ganz oft ein thema es ist das thema hormonelle verhütung die vorher stattgefunden hat und da muss man sich einfach klar sein abhängig davon wie lange man vorher hormonell verhütet hat kann das bis zu zwei jahre dauern bis der körper wieder in seinen eigenen rhythmus zurückgefunden hat bei manchen frauen klappt das gar nicht so gut da gibt es dann eben als folge von dieser hormonellen verhütung pco geschichten oder zysten oder andere probleme da muss man einfach gegebenenfalls hinschauen und gegebenenfalls diese hormonelle verhütung ausleiten das heißt wir sind hier wieder bei entgiftung und ausleitung die leber spielt eine ganz zentrale rolle alles was sie für die leber tun ist wunderbar wenn sie hormonelle ungleichgewichte ausleiten wollen weil die leber als stoffwechsel zentrale eben uns hilft mit hormonellen disbalancen besser umzugehen ansonsten gibt es da auch in der naturheilkundlichen praxis verschiedene strategien das geht ein bisschen über das thema des heutigen abends hinaus ich möchte es aber einfach gerne erwähnt haben es spielt dabei keine rolle ob sie die hormonelle verhütung per pille also oral eingenommen haben oder ob die hormonelle verhütung per stäbchen unter der haut oder vaginal appliziert worden ist das spielt gar keine rolle egal wo die hormone herkommen auch die berühmte hormonspirale die ach so nebenwirkungs arm ist weil sie nur lokal wirkt das ist ein ammenmärchen ein hormon wird im system aufgenommen und wirkt systemisch das heißt es wirkt im ganzen körper und es muss ausgeleitet werden im zweifelsfalle das ist wird immer wieder mal so dargestellt dass ob diese hormonspirale nur in der gebärmutter wirken würde und nirgendwo anders das stimmt leider so nicht also das kann ein großes thema sein und vor allen dingen dann eben wenn das nest sich nicht richtig aufbauen möchte muss man da ansetzen es gibt einen ganz wunderbaren tee nach meiner kollegin und mentorin margret madajski die sehr viel veröffentlicht hat auch zum thema kinderwunsch und frauenheilkunde und die hat eben diesen tee zur verfügung gestellt mit angelikawurzel beifußkraut damiana blättern eisenkraut und rosmarin kann man wunderbaren mix machen natürlich kann man solche tee rezeptoren auch ganz wunderbar individuell anpassen aber den hier können sie sich einfach mal notieren da hat es in den kursen rückmeldungen gegeben von therapeutinnen die ihren frauen diesen tee verabreicht haben eigentlich weil sie eben den zyklus regulieren wollten da ging es gar nicht um den kinderwunsch und die dachten sich wenn ein vernünftiger eisprung stattfindet dann habe ich einen stabilen rhythmischen zyklus und dann haben sie gesagt sie verordnen diesen tee nicht mehr weil ihnen so viele frauen schwanger geworden sind mit diesem tee ohne dass sie es tatsächlich gewollt hatten das ist doch für uns in der kinderwunschzeit interessant das merken wir uns und deswegen merken uns diesen tee kann man auf jeden fall mal probieren wann würde man den trinken natürlich in der zeit wo es um die eizellreifung gibt es geht das heißt vom siebten bis zum vierzehnten zyklus tag in der zweiten zyklus woche wenn der zyklus länger ist dann ein bisschen später wenn der zyklus kürzer ist dann ein bisschen früher also dann wenn sich der körper auf den eisprung vorbereitet dann trinken wir einen solchen tee man kann mit moxibustionen zum beispiel das den palast des kindes erwärmen da wird hier der unterleib mit einer moxa zigarre erwärmt das ist durchaus eine sehr sehr angenehme geschichte die paare auch miteinander machen können wenn sie sich das zeigen lassen von dem therapeuten das kann eine sehr sehr schöne ergänzung sein was einfach den unterleib durchblutet man kann auch für den mann im lendenwirbelbereich mit moxa arbeiten um sozusagen die libido zu steigern und die die spermatogenese anzuregen ganz ganz schöne begleitung auch man kann mit warmen wickeln arbeiten im unterleib das heißt der der lendenwirbelbereich wird mit warmem wasser oder mit kräusern eingewickelt wie ingwerpulver oder rosmarin zum beispiel zur fruchtbarkeitssteigerung und dann macht man das vor dem eisprung ein zwei mal einfach um den unterleib zu erwärmen ja wir wollen das nest erwärmen und dafür braucht man warmen unterleib es gibt die möglichkeit frucht fruchtbarkeitsmassage zu machen es gibt eine professionelle fruchtbarkeitsmassage wo man sich zu einer therapeutin begibt es gibt auch laien anwendungen die ein bisschen eine unterstützung machen können da muss man einfach selber gucken was für ein gutes ich finde diese massage geschichten alle gut weil sie uns vegetativ bisschen runterholen und aus dieser stress geschichte raus bringen so dass wir ein bisschen mehr in die entspannung kommen und das ist doch sehr hilfreich man kann auch tatsächlich mit blut egeln über den eierstöcken arbeiten wenn man jetzt zum beispiel verklebungen hat bei endometriose oder bei vernarbungen nach ops oder bei latenten chlamydien infektionen kann es passieren dass die eileiter verklebt sind wenn man da jetzt irgendwie so ein bisschen durchlässigkeit erreichen möchte kann man mit blut egeln arbeiten von außen man kann auch mit einer schröpf kopfmassage oder mit schröpfen arbeiten da gibt es verschiedene möglichkeiten in der naturheilkundlichen praxis wie man daran gehen kann einfach dass sie es mal gehört haben und wissen ja es gibt auch noch was anderes als vermute einzunehmen und natürlich habe ich gesagt wir gucken uns den pflanzlichen weg an das ist für mich immer der eleganteste weg muss ich ganz ehrlich sagen pflanzen sind sehr sehr große helferlein für uns menschen und haben es meinen ist sehr sehr gut mit uns menschen und bieten sich auch immer wieder an so dass wir einfach nur hinhören und hinschauen müssen wenn so eine pflanze schreit hier nämlich ich helfe dir gerne eine pflanze die jetzt uns frauen im besonderen hilfreich zur seite steht wenn es um das thema fruchtbarkeit geht ist shatavari der indische spargel der aber tatsächlich nicht nur für die frauen gut ist sondern der auch für den mann hormonell ausgleichend ist das heißt auch wenn der mann ein problem hat weil vielleicht der testosteronspiegel ein bisschen zu niedrig ist kann shatavari hier ausgesprochen hilfreich sein und deswegen wirkt shatavari tatsächlich fruchtbarkeit steigernd eigentlich auf beide geschlechter ist doch fein wenn du was finden was wir gleich gemeinsam einnehmen können was auch als paar ganz gut funktioniert shatavari kann natürlich noch vieles vieles mehr er wird in der traditionellen ayurvedischen medizin sehr sehr viel eingesetzt wirkt hormonell verjüngend das heißt wenn wir vielleicht ein bisschen einen späteren kinderwunsch haben und einfach unser hormonsystem unterstützen wollen dass es noch nicht so schnell in die wechseljahre ab düst dann wäre shatavari eine der pflanzen die uns dabei unterstützt shatavari ist ein verjüngungsmittel ein vitalitätssteigerer der sehr sehr gut ist um das wohlbefinden auch zu steigern er wirkt libido steigernd übrigens auch auf beide geschlechter es ist so dass in der kinderwunschzeit ganz oft das thema libido zu kurz kommt und das aus dem eigentlich wie soll ich sagen eigentlich schönen aus der eigentlich schönen paar zeit dann ein großer stress wird weil sexualität irgendwie nur noch nach uhrzeit und stechuhr stattfindet das ist schade eigentlich ist der 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 tipp immer der vergessen sie die zykluscomputer vergessen sie den zykluskalender wenn sie dann verkehr haben wenn es am meisten spaß macht dann sagen ihnen meistens ihre hormone durchaus schon wann es gut ist jetzt ist es natürlich ein problem wenn so ein kinderwunsch schon über mehrere jahre besteht ja dann ist einfach das gefühl für ich habe lust auf sex total verloren gegangen und dann kommt da immer mehr druck drauf und dann verliert man sich auch gerne mal als paar und dann braucht es eben auch pflanzen vielleicht die unsere libido unterstützen und da ist shatavari eben eins was wir zum einsatz bringen können was eben jetzt hier die libido steigert eigentlich insbesondere bei der frau aber spannenderweise schafft shatavari das beim mann tatsächlich teilweise auch wir gucken uns beim mann machen noch ein paar andere pflanzen dazu an er wird auch eingesetzt bei harnwegsinfekten er wird auch eingesetzt bei fehlgeburtsneigung zum beispiel gibt man gerne shatavari in der ervedischen medizin man gibt shatavari tatsächlich auch wenn man die milchbildung unterstützen möchte er hat leichte entgiftende wirkung insbesondere auf die schleimhäute das heißt wenn ich sage ich möchte eigentlich erst mal nestreinigung betreiben bevor ich anfange mit der kinderplanung oder mit der familienplanung dann ist shatavari auch eine ganz interessante pflanze und wenn wir vielleicht das babyglück schon abgeschlossen haben die familie schon komplett ist es shatavari immer noch ein feines kräutlein für uns weil er eben auch in den wechseljahren durchaus hilfreich sein kann und schlafstörungen lindert hitzeballungen bindet und lindert und so weiter und so fort er hat eine beruhigende wirkung er wirkt angstlösend er hat das ganze näherndes also wenn mit wenn frauen so sich ausgezehrt fühlen sich von der energie her auch ausgelaugt fühlen dann ist shatavari eine pflanze die da wieder kraft reingibt und dieses nähernde wollen wir natürlich auch haben wenn wir den nestaufbau in der ersten zyklus hälfte unterstützen wollen wenn da die schleimhaut sich ordentlich aufbauen soll dann kann eben der shatavari hier sehr schön nähernd wirken gibt es bei evolution zum beispiel eben als tinktur zum probieren eine zweite pflanze die ich sehr sehr mag für die erste zyklus hälfte übrigens auch wieder bei beiden geschlechtern pflanzen sind da gar nicht so dass sie unterschreiben würden ist damiana damiana ist eine sehr 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 vielseitige pflanze eigentlich ist es so dass die mexikaner sie asthma wesen nennen weil damiana für die lunge sehr sehr stark unterstützend ist für die lunge gut stärkend wird man nimmt sie traditionell bei lungenschwäche und eben zur allgemeinen stärkung jetzt muss man wissen dass die lunge des inkarnations organ ist wenn die lunge schwach ist dann sind wir nicht gut inkarniert dann sind wir nicht gut auf der erde angekommen dann sind da stehen wir nicht gut im leben ja das heißt wenn ich das unterstützen möchte dass jemand wirklich mit ganzer kraft im leben steht dann ist am jana das richtige kraut für den vielleicht damiana ist außerdem ein antidepressivum das macht fröhlich fröhlich und heiter und gelassen damiana ist eine pflanze die sehr sehr gut auch auf das thema stress wirkt wenn wir im stress völlig hibbelig sind hilft uns damiana weil sie ausgleichend wirkt weil sie uns so ein bisschen aus dieser stress dauerkaskade hinaus befördert und unterstützt und eben uns ein bisschen gelassener macht und hilft dass der stress nicht so nah an uns rankommt sie ist ein mildes aphrodisiakum also es nützt nichts namiana zu schlucken sich in die küche zu setzen und zu warten dass was passiert sondern aphrodisiaka funktionieren nur dann wenn man auch sie in die richtige szene sozusagen verwendet aber tatsächlich hilft damiana beiden geschlechtern ein bisschen mehr lust auf sexualität zu haben insbesondere wenn da eben so eine verkrampfung reingekommen ist dann jana wird sonne und venus zugeordnet die venus hat was zu tun mit entspannung mit entkrampfung und wenn jetzt im seelischen bereich da so eine verkrampfung stattgefunden hat weil dieses kinderwunsch thema so zwanghaft geworden ist und dadurch irgendwie der spaß verloren gegangen ist dann ist am jana kraut was hier sehr sehr unterstützend wirkt und das wieder so ein bisschen in den flow sozusagen bringt die krampflösende eigenschaften sind ganz wunderbar übrigens auch für migräne patienten also klassischerweise ist am jana bei migräne verwendet worden und eine große unterstützung das heißt wenn frauen oder auch männer zu dem thema neigen kann man eben auch mit damiana den versuch machen es ist gut für den magen es ist krebsfeindlich es ist ein 1a stimmungseine auffälle es ist ein großes antioxidativ um das heißt es fängt freie radikale ab also oxidativer stress wird auch gemildert es ist einfach ein tolles kraut es ist wirklich ein tolles kraut und gerade wenn frauen so in so projektsituationen sind wo sie so gar nicht aus können und wo sie unter großem druck stehen und ich den so ein bisschen gelassenheit vermitteln möchte vielleicht weil sie in die firmenzentrale fahren müssen und dort ein chef ist mit dem sie sich eigentlich nicht so wahnsinnig gut verstehen dann gebe ich damiana einfach immer mit als unterstützung in solche projektmomente weil man dann gelassener mit dem wird was da auf einen zukommt dann ein bisschen heiterer mit den dingen umgeht und es schadet eigentlich gar nicht wenn wir im leben die dinge die uns so belasten mit ein bisschen humor nehmen dann lassen sie sich meistens sehr viel leichter nehmen damiana also ein ganz ganz wunderbares kraut das wir sehr gerne in der ersten zyklushälfte nehmen um denn die eizellreifung zu unterstützen den nestaufbau zu unterstützen weil es eben auch den unterleib schön durchblutet ganz altes hochzeitskraut auch bei uns in unseren freiten wir müssen gar nicht bis nach mexico reisen ist der rosmarin der rosmarin ein wunderbares kraut das man eben zu hochzeiten schenkt das man verwendet um hochzeits hochzeitslokalitäten zu schmücken das macht man nicht ohne grund sondern das liegt eben daran dass rosmarin auch ein fruchtbarkeitssteigerndes kraut ist auch wieder übrigens für beide geschlechter rosmarin wirkt mild aphrodisierend auf beide geschlechter und bei der frau fördert es den nestaufbau es tonisiert die gebärmutter er wird durchblutend er durch wärmt den gesamten unterleib und das ist was wir wollen wir wollen gerne einen warmen gut durchbluteten unterleib haben damit ein schöner eisprung stattfinden kann damit die eierstöcke wirklich gut arbeiten können und auch beim mann wollen wir einen warmen unterleib haben weil auch die spermatogenese ein feuerprozess ist den wir sozusagen damit unterstützen wollen rosmarin steigert die durchblutung rosmarin ist eine pflanze vor allen dingen für so frauen die so durchsichtig scheinen weil sie vielleicht ein bisschen anämisch sind und und überhaupt blutarm sind und dann auch eine schwache mens deshalb haben deswegen muss man nicht unbedingt angst haben wenn jetzt die mens sowieso schon relativ stark ist aber man das gefühl hat diese durch wärmung die hätte ich gerne und diese eizell unterstützung die hätte ich gerne mit dem rosmarin dass wenn man den rosmarin in der ersten zyklushälfte nimmt wird deswegen die 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 mens nicht ungesund stärker werden ja also es kann sehr wohl sein wenn die mens sehr schwach ist dass sie davon ein bisschen stärker wird das wäre ja was wir wollen dass das nest mehr aufgebaut wird aber im normalfall muss man jetzt auch bei einer starken mens keine angst vor rosmarin haben ausnahme ist wenn man wirklich so richtig überschießende myom blutungen hat also wenn frauen myome haben und eine starke blutung haben aufgrund von myomen dann wäre ich mit sowas wie rosmarin ein kleines bisschen vorsichtig man kann ihn trotzdem einsetzen aber dann in ganz ganz kleinen dosierungen man muss aber sagen dass bei diesen frauen meistens das problem eben nicht in der östrogen hälfte liegt sondern eher in der progesteron hälfte zu der wir gleich noch kommen rosmarin ist ein tonikum was uns auch in erschöpfungszuständen hilft rosmarin ist eine tolle lernpflanze wenn man sich auf prüfungen vorbereitet oder in fortbildungen präsent sein möchte weil er die konzentration und die nerven stärkt rosmarin ist auch ein kopfschmerzmittel insbesondere eben bei diesen blutungsschwachen mädchen junge mädchen die jetzt eben vielleicht noch nicht in der kinderwunschphase sondern sondern die gerade angefangen haben mit der menstruation und aber irgendwie da noch so ein bisschen ja noch nicht so richtig in schwung kommen und dann aber mit kopfschmerzen rund um die mensch reagieren da kann rosmarin ganz ganz toll sein das wieder anzuregen rosmarin ist eine pflanze die sehr sehr viel feuer in sich trägt das sehen wir daran dass sie ätherisches öl bildet sehr sehr viel ätherisches öl bildet und die bildung von ätherischem öl ist ein feuerprozess ein sonnenprozess also was warmes was wärmendes und das wollen wir haben in der ersten zyklus hälfte zur unterstützung rosmarin hat was zu tun mit begeisterung rosmarin patienten sind patienten die eigentlich ganz von grund auf eine große begeisterung haben und menschen mitnehmen können mit ihrer begeisterung die aber dann sich ausgebrannt haben weil sie vor lauter begeisterung nicht mehr ihre eigenen grenzen beachtet haben ja und dann darüber hinausgegangen sind deshalb sozusagen ausgebrannt sind im wahrsten sinne des wortes wenn man dieses begeisterungsfeuer wieder entzünden möchte und denen die kraft zurückgeben möchte dann ist rosmarin das richtige kraut ja und noch eine pflanze die man jetzt gar nicht so gut zuordnen kann ob erste oder zweite zyklus hälfte ich habe sie jetzt mal in die erste mit reingepackt damit es ein bisschen ausgeglichen ist sozusagen ist die mistel die mistel kennen wir als ganz großes blutdruckmittel und herzmittel und burnout mittel und stressmittel die mistel ist aber tatsächlich auch ein altes fruchtbarkeitsmittel ja schon die kelten haben sie als fruchtbarkeitspflanze beschrieben plinius hat sie als fruchtbarkeitspflanze beschrieben die maria von treben in der neuzeit hat sie als oder fast neuzeit hat sie als fruchtbarkeitspflanze beschrieben also sie ist seit jeher in der geschichte immer wieder als fruchtbarkeitspflanze für beide geschlechter verwendet worden es gibt nicht wirklich wissenschaftliche belege dafür aber ich finde dass man jetzt mehrere tausend jahre erfahrung auch nicht einfach vom tisch wischen kann nur weil jetzt eine 200 jahre alte wissenschaftliche medizin daherkommt ja wenn wir uns angucken dass es sich über so viele hunderte tausende von jahren gehalten hat dass die mistel den fruchtbarkeitszauber ganz offensichtlich erhöht es gibt gründe warum man mit der mistel schmückt schmückt es gibt gründe warum man sich unter der mistel küsst das sind alles fruchtbarkeitsrituale fruchtbarkeitsunterstützende rituale dann macht es total sinn auch bei der mistel einfach mal einen versuch zu machen es gibt viele rezepturen für ein hochzeitswein wo die mistel mit drin ist oder eben andere zubereitungen in denen die mistel mitverwendet worden ist ich finde sie eine sehr sehr spannende fruchtbarkeitspflanze sie ist mild gelbkörper regulierend weshalb wir sie gerne bei der frau auch in der zweiten zykushälfte irgendwie mit im boot haben wenn es da gelbkörperschwächen gibt sie wirkt aber offensichtlich irgendwie auf beide geschlechter fruchtbarkeitssteigernd sie macht uns stressresistent vielleicht ist es nur der weg dass eben darüber dass wir den stress weniger nah an uns ranlassen der körper ein bisschen weniger cortisol braucht und dadurch sich mehr auf die fortpflanzungshormone konzentrieren kann man setzt sie oral also als tropfen eingenommen für überwiegend eigentlich eben für blutdruck und stress ein oder auch zur gutartigen neubildungen auch bei myomen zum beispiel oder auch bei brustknoten kann man es versuchen sie wird in der krebstherapie verwendet in der anthroposophischen medizin da wird sie allerdings injiziert das heißt da brauchen wir wirklich ein medikament erreicht uns die tinktur nicht aber das zeigt uns was für eine großartige wirkung die mistel und was für ein großes wirkspektrum diese wahnsinnige pflanze hat ich meine sie ist ja ein bisschen eine verrückte pflanze sie blüht und fruchtet dann wenn alle anderen sozusagen im winterschlaf sind also in der dunkelsten zeit des jahres so zur wintersonnenwende da blüht und fruchtet die pflanze und hat sozusagen ihre hochzeit das macht sie schon so ein kleines verrückt ganz abgesehen davon dass es ja auch verrückt ist dass sie eben den boden nicht berührt dass sie alle ihre kraft aus dem baum zieht auf dem sie wächst auch das ist ja ein bisschen speziell sie ist übrigens kein schmarrotzer sie ist nur ein halbschmarrotzer und der baum geht nicht wegen der mistel alleine kaputt es hat eine untersuchung oder eine studie mal gegeben zum thema endometriose patientinnen diese studie ist nie veröffentlicht worden weil sie abgebrochen werden musste weil im rahmen der studie zu viele patientinnen schwanger geworden sind und und das sagt jetzt so vielleicht noch nichts aber wenn man weiß dass endometriose etwas ist das ist also so ein bisschen ein spezialgebiet wo die gebärmutterschleimhaut sich auch an stellen befindet außerhalb der gebärmutter und dann entsprechende probleme verursacht wie schmerzen bei der mensch oder eben auch besonders starke zyklusblutungen verursachen kann und ein problem das die endometriose patientinnen oftmals haben ist dass sie eben nicht schwanger werden oft ist das der grund warum die endometriose festgestellt wird weil man eben dann wegen kinderwunsch nachforscht was ist denn da so los und dann gibt es eine bauchspiegelung und dann stellt man diese herde fest das ist ganz oft ein zufalls befund so und wenn wir jetzt also wissen dass die studie abgebrochen werden musste weil man also nicht zeit hatte zu beobachten was es mit der endometriose macht aber die patientinnen sind schwanger geworden dann können wir uns schon wieder ausrechnen dass die mistel auf jeden fall irgendwie was gutes getan haben muss weil normalerweise haben diese damen ja schwierigkeiten beim schwanger werden ich muss dazu sagen dass in dem zusammenhang die mistel auch gespritzt wurde ob das auch mit einer oralen gabe funktioniert weiß ich nicht aber die mistel wäre eine pflanze die ich auf jeden fall in irgendeiner form im boot hätte wenn ich eine patientin hätte die kinderwunsch hat und eine endometriose oder den verdacht auf endometriose hat ganz wichtig für die eizellreifung ist natürlich das thema vitalstoffe ich möchte einfach noch mal ein bisschen auftröseln ich habe gesagt jeder vitalstoffmangel kann zu problemen führen in der fruchtbarkeit aber es gibt so ein paar von denen wir wissen die brauchen wir jetzt unbedingt damit eine eizelle reifen kann die folsäure ist nicht erst in der schwangerschaft wichtig und nicht nur für die entwicklung des kindes sondern die folsäure ist auch ganz ganz wichtig für die empfängnis und dafür dass es keine fehlgeburten gibt also folsäure wirklich schon vor der empfängnis auffüllen und unterstützen ich empfehle generell die folsäure nicht als einzelvitamin einzunehmen das ist ein b-vitamin und die b-vitamine wirken am allerbesten im komplex miteinander weil sie eben sehr viele synergieeffekte haben und wir hier sozusagen ausnutzen wollen dass die miteinander in kooperation gehen koenzym q10 ist ein ganz ganz wichtiges koenzym auch wenn es um die eizelle geht in der eizelle ist ganz ganz viel koenzym q10 enthalten das heißt wenn koenzym q10 fehlt dann ist die eizellqualität einfach nicht optimal also ist das auch etwas was ich auffüllen würde was ich vielleicht auch mal in einem blutwert überprüfen lassen würde wenn ich jetzt das thema kinderwunsch mir anschauen wollen würde für die hormonellen umwandlung ineinander braucht es zink und braucht es b-vitamine das heißt das sind substanzen die wir bei beiden geschlechtern übrigens brauchen wir kommen beim mann dann nachher auch noch mal drauf zink ist ganz wichtig auch für die bildung vom testosteron was wiederum den einfluss hat auf die libido des mannes und auch auf die spermatogenese logischerweise bei der frau braucht es oftmals kleinere mengen zink aber kleinere mengen zink brauchen wir auch und zink ist tatsächlich ein spurenelement was sehr sehr häufig im mangel ist vitamin d3 da könnte man tagelang drüber sprechen stundenlang drüber sprechen sie haben sicherlich das ein oder andere dazu schon gehört es ist eigentlich kein vitamin sondern ein hormon beziehungsweise eine hormon vorstufe die eben auch in das thema fruchtbarkeit mit einfließt weil es ein steroid hormon ist was eben auch wieder im zusammenhang mit unseren fruchtbarkeitshormonen steht fehlt vitamin d3 ist die fruchtbarkeit deutlich herabgesetzt und auch das fehlgeburtsrisiko deutlich erhöht vitamin d3 brauchen wir einfach wir kriegen es nicht aus der nahrung und wir kriegen es auch meistens zu wenig aus der sonne ich empfehle vitamin d3 im blut zu überprüfen einfach um zu wissen wo stehe ich denn und wie viel brauche ich um aufzufüllen als erhaltungsdosis sagt man für einen 70 kilo schweren erwachsenen zwischen 4000 und 6000 einheiten täglich wenn sie weniger wiegen als 70 kilo dann brauchen sie vielleicht bisschen weniger wenn sie mehr wiegen als 70 kilo brauchen sie sehr wahrscheinlich mehr das heißt vitamin d würde ich generell ergänzen und zwar im prinzip ganzjährig beziehungsweise nach blutstatus wenn sie den einfach mal messen lassen wollen selen ist ein spurenelement was ganz ganz wichtig ist auch für die fruchtbarkeit auch für die eizellreifung wenn selen fehlt klappt das mit der eizellreifung einfach deutlich schlechter jod ist ein ganz wichtiges spurenelement was mit der schilddrüse eng im zusammenhang steht deswegen ist jod eben auch für die fruchtbarkeit der frau ganz besonders wichtig wir brauchen es ja später dann auch eben für die gehirnentwicklung des kindes und der körper wird einfach viel leichter sagen okay ich lasse mich ein auf das abenteuer baby basteln wenn er weiß dass alles was er braucht um das kind gesund entwickeln zu können schon im vorfeld vorhanden ist es gibt bei evolution ein komplex wo alle dinge drin sind die sie brauchen nämlich das women's formel s2 ist ausgerichtet auf schwangerschaft und stillzeit aber macht auch total sinn in dem moment wo sie sich entscheiden jetzt wollen wir mit dem baby glück starten jetzt wollen wir die familienplanung loslegen einfach für die frau schon mal von vornherein zum auffüllen da sind b-vitamine drin da ist ich muss mal ein bisschen spicken da ist jod mit drin aus der kelbalge also ein gut verträgliches jod sie haben vitamin c drin als antioxidant was gut ist für die eizellreifung wir haben eisen ein bisschen eins mit drin wir haben zink mit drin vitamin e was ein schönes antioxidant ist wir haben sekundäre pflanzenstoffe drin wie lutein aus der ringelblume und xerxantin kupfer ist mit drin es sind 800 mikrogramm folat drin also folsäure die sie wirklich verwerten können und die wirklich für den kinderwunsch optimal ausgerichtet ist vitamin k2 ist drin selen ist drin chrom ist drin für den stoffwechsel mioinositol ist drin das sind die dinge chrom und mioinositol die wir brauchen wenn pco im vordergrund steht zum beispiel wenn wir wenn wir da den stoffwechsel ein bisschen aktivieren wollen damit dieses pco sich wieder verflüchtigt dann sind das die sekundären die vitalstoffe die wir verabreichen und wir brauchen sie auch zur prophylaxe von dem schwangerschaftsdiabetes also ein schönes komplexmittel das uns mit allem versorgt was wir als frau brauchen zur unterstützung für die fruchtbarkeit was machen wir in der zweiten zyklus hälfte da geht es also jetzt um die einlistung haben wir festgestellt da geht es darum dass das nest das wir vorher aufgebaut haben sich jetzt so umwandelt dass sich das ei die befruchtete eizelle da sehr sehr gemütlich machen kann und ich habe schon gesagt ganz ganz essentiell ist stress abbau wenn ein eine progesteronschwäche eine gelbkörperschwäche vorliegt dann merken sie das meistens daran dass es heißhungerattacken gibt in der zweiten zyklus hälfte dass es brustspannen gibt in der zweiten zyklus hälfte dass es stimmungsschwankungen gibt dass es vielleicht schmierblutungen vor der regel gibt das sind alles hinweise darauf dass es hier dysbalancen gibt hormonell und dann gucken sie mal wenn sie ein bisschen stress abbauen ob sich diese symptome nicht reduzieren lassen alleine damit dass sie mehr entspannungspausen einbauen dass sie sich mehr zeit für sich nehmen dass sie mehr atmen und mehr zur ruhe kommen ist ganz oft da schon ein einfluss da übrigens auch das thema regelschmerzen hängt damit ganz ganz eng zusammen wir können den gelbkörper haushalt pflanzlich unterstützen wir können mit vitalstoffen vorsorgen ganz wichtig sind jetzt hier in der zweiten zyklus hälfte magnesium und vitamin b6 sind übrigens beide auch in dem womens s2 mit enthalten den ich ja insgesamt sehr sehr klug zusammengesetzt finde für warme füße sorgen habe ich vorher noch gar nicht gesagt finde ich auch ganz wichtig im zusammenhang mit der fruchtbarkeit gar nicht nur für die zweite zyklus hälfte aber dann im speziellen wenn die füße immer kalt sind dann ist es der unterleib auch wenn der unterleib kalt ist dann haben wir keine lust auf sex und dann sind auch die fortpflanzungsdrüsen schlecht durchblutet und dann ist natürlich auch das nest nicht warm und kuschelig ja das heißt warme füße sind gut für unsere libido und sind gut für unsere empfängnisbereitschaft und sind auch gut dafür dass wir eine schwangerschaft erhalten wollen das heißt wir lassen uns vom herrn des hauses wir machen ein fußbad abends und lassen uns vom herrn des hauses abends die füße schön warm massieren mit einem schönen öl vielleicht mit einem schönen weihrauch öl das durchwärmt und durchblutet auch das bringt bisschen sonne in die füße hinein das regt den ganzen unterleib an und hilft uns das nest sozusagen zu erwärmen und wir können natürlich auch in der zweiten zyklus hälfte einen tee trinken wenn wir vorher den eisprung tee hatten da kann man jetzt einfach mit frauenmantel arbeiten vielleicht in kombination mit melisse als tee wenn man recht arg mit regelschmerzen zu tun hat dann ist gänsefinger kraut ganz wunderbar weil es stark entkrampfen wird wirkt und sozusagen als pflanzliches kupfer wirkt was können wir noch tun pflanzlich ja der frauenmantel der muss natürlich genauer angeguckt werden der frauenmantel ist für mich das frauenkraut schlechthin wenn einem überhaupt nicht einfällt was man einer frau zur unterstützung gibt dann den frauenmantel das ist der super frauenversteher der hilft uns eigentlich immer und allen und zwar ganz egal mit was für ein problem wir kommen ja egal ob das jetzt die pubertät ist wo wir irgendwie so ein bisschen schwankungen in den hormonen haben ob das regelbeschwerden sind wie menstruationskrämpfe oder irgendwelche zyklus unregelmäßigkeiten ob das der kinderwunsch ist die empfängnisbereitschaft also die erste zyklus hälfte hilft der frauenmantel ob das die gelbkörperproduktion ist also zweite zyklus hälfte progesteronhaushalt hilft der frauenmantel ob das die wechseljahre sind schwitzen und schlecht schlafen in den wechseljahren auch da hilft der frauenmantel ob das die schwangerschaft ist schwangerschaftserhalt bei abortneigung nehmen wir den frauenmantel einfach in den ersten drei monaten weiter oder auch zur geburtserleichterung sollte man dann ab drei monate vor der geburt bereits beginnen mit dem frauenmantel zur unterstützung das heißt im zweifelsfall nehmen wir einfach die ganze schwangerschaft entlang das tut uns nichts schlechtes man hat sogar in den alten kräuter büchern findet man rezepte gegen das kindbettfieber also auch nach der geburt hilft uns der frauenmantel bei der rückbildung und damit wir gesund bleiben und beim stillen und so weiter und so fort das ist ein frauenkraut erster düter was wirklich so ziemlich bei jedem frauenproblem in irgendeiner form eine verbesserung macht er kann leider nicht alle unsere probleme einfach so lösen das wäre toll aber er wird uns bei jedem problem das wir mitbringen helfen und mit unterstützen wenn wir ihn als tee trinken dann haben wir manchmal das problem dass er er hat sehr viele gerbstoffe gerbstoffe sind super weil die sind antimikrobiell die sind wundheilend die bewahren uns vor zu starker blutung die bewahren uns vor zu starken schwitzen all das kann der frauenmantel aber wenn wir schon eine bestehende verstopfungstendenz haben also wenn die verdauung von haususträgen ist dann können diese gerbstoffe manchmal diese tendenz verstärken wenn wir ihn als tinktur nehmen haben wir dieses problem in aller regel nicht weil wir da mit einer wesentlich kleineren dosierung mit einer ganz anderen dosierung mit einer ganz anderen wirkung rangehen ja also als tee kann er bei manchen frauen problem machen insbesondere wenn er in der schwangerschaft die verdauung sowieso ein bisschen träge ist als tinktur macht er das nicht ich werde dann oft von meinen patientinnen gefragt ja jetzt hat mir der frauenmantel so gut getan in der kinderwunschzeit und ich würde den gerne in der schwangerschaft weiternehmen aber in der tinktur ist ja alkohol drin das ist richtig aber wenn sie die tinktur in der schwangerschaft weiternehmen dann können sie die menge der tinktur meistens auf die hälfte reduzieren weil wir in der schwangerschaft schwangerschaft sehr viel sensitiver sind sehr sehr viel sensitiver reagieren und deswegen von haus aus einfach schon mal geringe reduzierungen brauchen das heißt wenn wir jetzt hier bei einer evolution tinktur sind und wir haben vorher zehn tropfen genommen dreimal täglich dann nehmen wir jetzt dreimal täglich fünf und das reicht uns in aller regel auch wenn sie jetzt dreimal täglich fünf tropfen von der tinktur einnehmen dann haben sie noch nicht mal im ansatz so viel alkohol zugeführt wie sie produzieren wenn sie ein glas apfelsaft trinken und niemand rät ihnen in der schwangerschaft von apfelsaft ab ja ich sage meinen frauen immer das kind ist genauso betrunken wie sie selbst wenn sie selbst von diesen drei tropfen nicht betrunken sind dann ist es das baby auch nicht und wenn sie sich unwohl fühlen den alkohol direkt zu nehmen dann geben sie ihn einfach auf ein bisschen wasser auf ein schnapsglas mit wasser da die fünf tropfen drauf dann merken sie von dem alkohol nichts mehr und ihr baby auch ganz sicher nicht also ein tolles frauenkraut eigentlich für den ganzen zyklus aber wir geben ihn ganz ganz oft und sehr sehr gerne wenn die zweite zyklus hälfte ein bisschen schwächelt das heißt wenn es brustspannen gibt oder schmierblutungen gibt vor der regel dann hilft uns der frauenmantel tatsächlich das zu reduzieren und wenn wir jetzt rhythmisieren wollen und sagen wir geben in der ersten zyklus hälfte den rosmarin um richtig schön durch blutung zu machen und geben dann geben wir in der zweiten zyklus hälfte eben den frauenmantel zur unterstützung für die einlistung auch ein glänzlein für die zweite zyklus hälfte ist die walnuss auch die hat viele gerbstoffe noch viel mehr gerbstoffe als der frauenmantel die ist bei uns der heimische rekordhalter für die für die gerbstoffe und die schwarze walnuss die wir jetzt bei der evolution im angebot haben ist die nordamerikanische variante die hat sogar noch mehr gerbstoffe als unsere heimische walnuss das heißt die gerbstoffe werden gerne auch als das bewahrende prinzip als der in der pflanzenwelt verstanden und das bewahrende prinzip heißt alles was überschießender flüssigkeitsverlust ist können wir mit gerbstoffen ausbremsen ob das jetzt durchfall ist ob das schwitzen ist oder ob das eine zu starke blutung ist ja das heißt wenn wir jetzt hier regulierend arbeiten wollen weil wir vielleicht doch ein myom haben und eine zu starke blutung haben dann wäre die walnuss hier eine unterstützung man kann walnussblätter als tee trinken hat da unter umständen wieder das problem mit der verdauung ganz abgesehen davon dass ich zugeben muss dass das nicht der schmackhafteste tee ist als tinktur kann man es sehr gut versuchen ohne sich sorgen zu machen wegen der verdauung die walnuss ist ein ganz altes volksmittel zur blutreinigung und zur entgiftung nicht weil sie dinge aus den depots löst das wollen wir ja in der schwangerschaft nicht unbedingt und eben auch vielleicht in der zweiten zyklushälfte nicht unbedingt wo jetzt eine einnistung stattfinden soll sondern weil sie bindet weil diese gerbstoffe die dinge bindet die uns im weg wären und sie damit ausscheidungsfähig machen das heißt wir werden die sachen leichter los mit der walnuss also blutreiniger entgiftungsmittel sie hilft gegen darmparasiten sie unterstützt den hautstoffwechsel die hautregeneration sie hemmt den schweiß wenn große hitzwallungen da sind wir würden sie auch nehmen wenn wir abstillen wollen weil sie die milchbildung hemmt und man hat eben erst ganz kürzlich in walnussblättern progesteron entdeckt also tatsächlich das hormon das ist ein ziemlich spezielles entdeckung weil es bisher zwar gelbkörper regulierende substanzen in pflanzen gab aber nicht wirklich progesteron es ist nicht ganz klar ob wir es verwerten können ob dieses progesteron uns auch wirklich zur verfügung steht aber es ist für uns auf jeden fall ein hinweis dass es hilft dass die pflanze mit dieser zweiten zyklushälfte was zu tun hat und hier hilfreich sein kann eine pflanze die uns sehr hilft weil sie uns ein bisschen gegen den stress abschirmt ist die melisse melisse ist so ein universal heilmittel wenn wir gucken in den alten teriac rezepturen in den alten aquavite ist immer die melisse das zentrale mittel das sind eigentlich alles melissen geister sie ist stark durch wärmend und entspannend sie bringt uns in die ruhe sie bringt uns aus dem stress raus sie löst verkrampfungen egal ob das jetzt krämpfe im bauch sind magenkrämpfe darmkrämpfe menstruationskrämpfe migräne ist auch eine verkrampfung oder ob das seelische verkrampfung ist wenn wir uns so ganz fest gebissen haben auf was wenn wir so ganz reizbar sind die prinzessin auf der erbse jede kleinste verwerfung wahrnimmt und sich davon gestört fühlt wenn wir da ein bisschen milde und gelassenheit reinbringen wollen damit wir mit uns selbst auch ein bisschen gelassener sind und auch ein bisschen milder mit uns selbst umgehen ein bisschen weniger streng mit uns selbst sind und ein bisschen aus dem stress rauskommen dann ist die melisse die richtige pflanze für uns wir nehmen sie gerne in der zweiten zyklushälfte auch zur durchwärmung des nestes aber eben auch um menstruationskrämpfen vorzubeugen und eben um den stress zu reduzieren sie ist außerdem gut fürs herz sie ist gut für den magen sie ist gut für die nerven sie wirkt antiseptisch also desinfizierend sie ist stark antiviral wir können sie bei herpes einsetzen oder bei gürtelrose die melisse hat ein sehr 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 breites wirkspektrum und hat einfach so ein ganz mildes liebevolles universal heilendes balsamisches wesen mit dem sie uns sozusagen unterstützt eine weitere pflanze für die zweite zyklushälfte ist die jams die jams wurzel enthält diosgenin und diosgenin kann der körper tatsächlich umwandeln in progesteron oder andere hormone die jams wurzel ist eine ganz ganz tolle pflanze zur begleitung bei pms symptomatik also ob das jetzt stimmungsschwankungen sind prämenstruelle schmierblutungen brustspannen und so weiter weil sie ebenso progesteron ähnlich wirkt aber sie steigert auch das dhia was ein ausgleichshormon im stress ist das heißt wenn wir so hormonelles ungleichgewicht haben was vor allen dingen auch mit stress zu tun hat können wir mit der jams wurzel zum beispiel arbeiten ganz stofflich als jams kapseln oder wenn wir sagen wir wollen mehr so diesen diese mentale unterstützung auch haben und mehr so diese diese wesensgemäße anwendung dann nehmen wir es als tinktur und haben so eine stabilisierende emotionale wirkung eben auch von dieser tinktur traditionell wird die jams schon viele tausend jahre verwendet wenn es fehlgeburtsneigung gibt auch zur geburtserleichterung auch bei vorzeitigen wehen zur empfängnisverbesserung also zur einlistungsverbesserung in der zweiten zyklushälfte man gibt sie in den wechseljahren weil sie da unterstützend wirkt und einfach hitze wallungen vermindert schlafstörungen vermindert sie ist hormonell ausgleichend sodass sie auch die knochengesundheit unterstützt auch für die knochengesundheit brauchen wir ja ein gutes eine gute hormonelle balance und damit beugt die jams eben zum beispiel auch der osteoporose vor sie fördert das psychische wohlbefinden sie wird klassischerweise eingesetzt bei zu hohem cholesterinspiegel zur stoffwechselregulation zum beispiel bei übergewicht oder diabetes neigung bei gedächtnisschwäche bei kreis kreislauf erkrankungen und so weiter und so fort wer mich schon mal gehört hat weiß dass ich deshalb so begeistert bin von der verwendung von pflanzen weil pflanzen nie nur ein talent haben die können meistens ganz vieles und unterstützen uns eben sehr sehr ganzheitlich und vitalstoffe habe ich vorhin schon angedeutet wenn wir jetzt sagen wir brauchen nicht diesen womens komplex sondern wir wollen uns wirklich auf die zweite zyklushälfte fokussieren weil es vielleicht brustspannen und prämenstruelle probleme gibt dann sind die wichtigsten nährstoffe die man da entdeckt hat magnesium und vitamin b6 und aus meiner sicht macht es eben keinen sinn vitamin b6 einzeln zu nehmen sondern man gibt die b-vitamine immer miteinander im komplex wenn sie schon präparate haben in denen b-vitamine drin sind dann reicht ihnen dieser normale b-komplex wenn sie noch gar kein vitamin b-komplex präparat haben dann finde ich diesen forte ganz wunderbar zum auffüllen da ist es auch nicht so dramatisch wenn man es mal einen tag vergisst weil der einen wirklich richtig satt gefüllt ist und da alles an b-vitamin drin ist was wir brauchen in großer menge magnesium citrat wird sehr sehr gut vertragen wird sehr sehr gut aufgenommen hat eine leicht entsäuernde wirkung ist also das magnesium der wahl was wir eben auch beim kinderwunsch gerne geben oder eben bei menstruationskrämpfen zur linderung eben gerne geben ja und ich habe gesagt wir müssen uns die männer einfach auch noch mal angucken deswegen gucken wir da jetzt zum schluss noch mal drauf natürlich gibt es auch pflanzen die den mann unterstützen die heimische brennessel ist eine der pflanzen die wir gerne geben um die fruchtbarkeit des mannes zu fördern sie steigert übrigens auch die fruchtbarkeit beider geschlechter es gibt sie wird in der tier fütterung ganz viel verwendet also die brennesselsamen zum beispiel gibt man den hühnern weil sie die legeleistung der hennen verbessert verbessern und sie machen beim beim hahn dass er den kamm aufstellt das heißt dass er sozusagen sich paarungsbereit zeigt also brennesselsamen kann man ins müsli machen kann man aufs butterbrot machen kann man in den salat machen schmecken wunderbar nussig die können überall mit rein und damit der herr ein bisschen mehr davon abbekommt kriegt da halt die brennessel zusätzlich noch als tinktur das gibt mars kraft brennessel ist mars venus ist ein echtes liebesmittel das gibt insgesamt kraft weil die brennessel uns eben hilft aggression als antriebskraft zu nutzen und sie nicht destruktiv gegen sich selbst oder andere zu richten das ist das große wesen sozusagen das in der brennessel drin steckt die johimbe rinde ganz ein tolles pflänzlein oder ganz ein tolles pflanzliches mittel zur unterstützung des mannes auch johimbe wirkt libido steigernd auf beide geschlechter man gibt es gerne vor allen dingen den männern weil es über die stimulation des sakralmarks das spermiogramm verbessert also wir haben verbesserte libido und verbessertes spermiogramm das ist doch das was wir wollen und gleichzeitig mehr energie für den mann da freut er sich auch wenn er ein bisschen mehr wenn er sich leistungsfähiger fühlt einfach vielleicht auch mehr lust auf bewegung und sport hat bisschen mehr kraft hat um seinen stressigen alltag zu meistern das schadet dem mann auch nicht eleuterococcus die tiger wurzel auch eine ganz tolle pflanze für den mann die wir als stress tonikum kennen als adaptogen kennen die wir als immun modulator kennen als starken virenfeind kennen das heißt wir tun damit nichts schlechtes wenn wir dem mann ein bisschen tiger wurzel geben zur unterstützung und tatsächlich ist auch die tiger wurzel eine der pflanzen die libido des mannes fördert und das spermiogramm verbessert moira puama heißt auf deutsch übersetzt potenzholz steigert also die libido steigert auch die spermatogenese fördert übrigens auch die orgasmus fähigkeit der frau ist also auch wieder ein pflanzlein was nicht unbedingt einen unterschied macht zwischen mann und frau und wir wissen dass auch bei der frau eine erfüllte sexualität die empfängnisbereitschaft deutlich verbessert sasa parilla ist eine pflanze die wir kennen wenn so entzündungen sind in der prostata zum beispiel unspezifische prostata entzündungen ist die sasa parilla eine tolle pflanze übrigens auch bei blasen entzündungen bei der frau sie ist gleichzeitig auch ein mittel was uns entgiften hilft über die nieren sie ist ein afrodisiakum für beide geschlechter sasa parilla sagt man auch nach dass sie bei pms hilfreich sein kann bei der frau und sie ist ein stärkungsmittel für den mann und ein potenzmittel für den mann ashwagandha die schlafbeere hilft uns in die entspannung zu kommen hilft uns aus dem stress rauszukommen und wirkt fruchtbarkeitssteigernd auf beide geschlechter und libido steigernd potenz steigernd auf den mann was wollen wir denn mehr also haben wir doch schon eine ganze liste mit der wir den mann theoretisch auch unterstützen können jetzt müssen wir uns nur raussuchen welche zu unserem mann jetzt individuell am besten passt und natürlich braucht der mann auch ein bisschen vitalstoff versorgung für die spermatogenese ganz wichtig für die bildung der spermin ist zinkt wenn das im mangel ist dann haben wir ein großes problem für die libido und für die spermienbildung brauchen wir l-kanitin und übrigens auch l-arginin ist für die libido ganz besonders wichtig und die potenz und über das vitamin d habe ich vorhin schon bei der frau gesprochen ist natürlich für den mann genauso wichtig gelten die gleichen dinge was ich jetzt nicht noch mal extra aufgeführt habe was aber für beide fruchtbarkeit steigern das ist omega 3 omega 3 ist ganz ganz wichtig auch wenn es um das thema fruchtbarkeit und fortpflanzung geht und omega 3 ist auch so ein vitalstoff der im mangel ist und leider reicht es eben nicht aus wenn wir ein bisschen leinöl in unserem salat geben sondern wir brauchen die marinen fettsäuren also dha und epa und die brauchen wir auch für die eizellreifung bei der frau und wir brauchen die auch für die spermatogenese beim mann und wir brauchen sie in der schwangerschaft auch für die gehirnentwicklung des kindes also ganz ein wichtiger nährstoff auch der nicht fehlen darf es gibt die omega 3 fettsäuren für die frau im set oder für beide im set wir haben das kinderwunsch set bei evolution fürs baby glück wo omega 3 mit dabei ist und eben dieses women's formel s2 omega 3 dürfen beide nehmen das women's formel ist für die frau gedacht ich sage es ihnen unter uns sie vergiften den mann auch nicht wenn er es nimmt da sind nur gute vitalstoffe drin die jetzt für den herrn sicherlich auch nicht schädlich sind wenn der herr sich davon abgefühlt abgeschreckt fühlt dass da women's draufsteht dann bekommt er halt einfach einen entsprechenden komplex für den mann gibt es ja schließlich auch bei uns im programm oder wie date 120 da ist alles drin was sie brauchen damit komme ich für heute zum ende ich hoffe dass sie ein paar spannende infos haben mitnehmen können und schließt damit ab dass ich einfach noch mal zusammenfasse warum evolution wenn sie schon öfter mal webinare gehört haben kennen sie das alles schon trotzdem einfach noch mal zum ende hin dass wir einfach darauf achten dass wir rein substanzen haben dass keine begleitstoffe drin sind dass wir eine super gute qualität und bio verfügbarkeit haben das ist ganz wichtig und bei den kräutertinkturen eben dass wir nach spagyrischen grundsätzen herstellen und das bedeutet dass wir eben tinkturen erhalten die sehr sehr ganzheitlich wirken und wirklich mit einer ganz ganz hohen qualität um die ecke kommen ich hoffe dass sie was spannend ist für sich mitnehmen konnten ich danke ihnen sehr dass sie zugehört haben wenn sie noch fragen zu den produkten haben oder noch zusätzliche informationen nachlesen wollen dann gucken sie mal vorbei auf www.evolution-international.com da gibt es auch weitere webinar termine da gibt es auch podcasts da gibt es auch viele viele andere zusatzinformationen wir freuen uns wenn sie uns besuchen wenn sie fragen zu mir haben zur terminvereinbarung dann schauen sie mal auf www.jump-on.eu wenn sie noch ein bisschen was nachlesen wollen habe ich auch ein bisschen was geschrieben zum thema vitalstoffe welche mikronährstoffe wann wichtig sind gibt es auch ein kapitel über kinderwunsch und auch über den darm habe ich geschrieben weil der muss fit sein damit wir die ganzen vitalstoffe überhaupt aufnehmen können ich könnte noch viel mehr erzählen aber das sprengt den rahmen dieses webinars ich hoffe es hat ihnen spaß gemacht und ich freue mich wenn wir uns beim nächsten webinar wiedersehen ich danke ihnen sehr fürs zuhören